Sukha Purvottanasana ist die einfache schiefe Ebene. Zwei Variationen von Purvottanasana werden als Sukha bezeichnet. Das eine ist die schiefe Ebene mit gebeugten Knien, auch bezeichnet als Tischstellung. Die ist einfacher als die Grundstellung. Und die zweite Variation von Sukha Purvottanasana ist die schiefe Ebene auf den Ellbogen. Wenn die Ellbogen auf dem Boden sind und die Beine gestreckt sind, dann ist es einfacher vom Standpunkt der Handgelenke aus, aber eigentlich anstrengender für Rücken und Gesäß, weshalb diese Übung auch im Rücken-Yoga eine wichtige Stellenwert hat. Noch mehr Sukha kannst du haben, wenn du hier die Knie beugst und die Fußsohlen am Boden hast. Und so hast du gebeugte Knie und gebeugte Ellbogen. Und auch wenn die jetzt sehr Sukha-Sukha aussieht, sehr einfach, stärkt sie trotzdem Gesäß- und Rückenmuskulatur und auch etwas die Oberschenkel. Vielen Dank.